Ja, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Makromedia-Kanal. Ich bin Andrew und ich habe schon mal auf meinem eigenen YouTube-Kanal tausende von Menschen unterhalten und in diesem Video werde ich euch mitnehmen auf meine Auslandssemesterreise in Mauritius. Ihr werdet hier so die ersten Einblicke bekommen. Hier erwartet dich erstmal ein Blick in die Natur. Hier ist es sehr schön, hier sind Palmen, sehr, sehr cooles Klima. Und zweitens mal, wie ist das Studentenleben, wie sieht das an der Universität aus? Ich bin auf der Curtin University. Und als drittens dann, was kann man am Wochenende machen? Also feiern gehen, auf die Katamaran so zum Beispiel, man kann wandern gehen. Also solche Einbrücke werdet ihr dann auch noch sehen in diesem Video. ein paar Fragen. Ein? Ein? Ein, ein, ein? Ein. Ein Ein? Ein? Ein! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020